Das Schweizer Unternehmen Mivitana mit seiner preisgekrönten Mizzellierungstechnologie steht für die Entwicklung besonders hochwertiger Vitalstoffprodukte. Eine einzigartige Symbiose von wertvollsten Zellvitalstoffen und bestem biologischen Bohnenkaffee sowie Tee wird nun zu einer Weltneuheit. Bisher war es nicht möglich, Tee und Kaffee mit wirksamen Vitalstoffen anzureichern, da Vitamine bei einer Erhitzung von über 80 Grad Celsius einen Großteil ihrer Wirkung verlieren. Dem Unternehmen Mivitana ist es dank einer fünffach patentierten und mit dem Pharma Award ausgezeichneten Technologie gelungen, Vitalstoffe schonend zu verkapseln, womit die Wirkung bei hohen Temperaturen erstmalig erhalten bleibt. Gleichsam werden Vitamine und Mineralstoffe durch diesen technologisch ausgereiften und natürlichen Mizzellierungsprozess vollkommen geschmacklos und gewährleisten dabei die höchstmögliche Bioverfügbarkeit. Da die Zielsubstanzen von einer amphipathischen Hülle umgeben sind, die ihrerseits wasserlöslich ist, kann der darin enthaltene Wirkstoff direkt sein Ziel erreichen und dort seine Wirkung entfalten, wo er gebraucht wird. Der sogenannte verkapselte Zustand der Moleküle führt zu einer hohen mikrobiologischen Stabilität. In Kombination mit den natürlichen Antioxidantien des Bohnenkaffees wird Vitacoffee zu einem einzigartigen, energetischen und gleichsam höchst geschmackvollen Erlebnis. Das gesamte Herstellungsverfahren ist vollends hochwertig. Der besondere Röstprozess zählt zu den aufwendigsten Verfahren und bringt den Kaffee dazu, seinen vollen Geschmack zu entfalten. Genießen Sie höchste Qualität, ohne zusätzliche Aromen sowie andere künstliche Zusatzstoffe. Erleben Sie eine Stärkung des Immunsystems sowie Anti-Aging auf einem völlig neuen Niveau. Vitacoffee-Kapseln sind home-kompostierbar, womit MiVitana auch in diesem Bereich den Anspruch höchster Nachhaltigkeit wahrt. Genießen Sie Vitacoffee und erleben Sie die energetische Vollendung des Kaffees. Vitacoffee bei MiVitana. Gesunde Energie. Bester Geschmack. Vitacoffee bei MiVitana. Die neue Generation des Kaffees.